bestrafung kein energiegeld für pflegepersonen die einen familienangehörigen pflegen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de was ist mit den leuten die angehörige ganztags pflegen bei pflegegrad 5 gehen die wirklich bei der energiepreispauschale leer aus so eine anfrage die uns auf rentenbescheid24.de zum thema energiepreispauschale für rentner oder für erwerbstätige erreichte ein unding aber leider ist der stand der dinge wirklich so die energiepreispauschale bekommt ja nun fast jeder in deutschland arbeitnehmer erwerbstätige selbstständige aber auch rentner es gibt aber wieder die berühmten ausnahmen und die trifft eine gruppe wirklich ganz hart die familienangehörigen die mit großen persönlichen einsatz und engagement nahe familienangehörige wie eigene ehegatten kinder oder eigene eltern pflegen und dabei keinen echten job sondern also keinen echten job mehr haben sondern alles aufgegeben haben und sich wirklich dieser tätigkeit dieser wirklich für uns auch so wichtigen gesellschaftlichen tätigkeit tatsächlich voll hingeben stand jetzt ist dass personen die in vollzeit pflegen tatsächlich leer ausgehen aber bei der energiepreispauschale ist ja noch einiges im fluss zwar ist sie schon beschlossen worden aber vielleicht werden ja zukünftig auch diese personen noch irgendwie berücksichtigt vielleicht noch ein tipp von mir wenn sie die zeit haben dann nehmen sie doch dieses jahr noch irgendwie ein mini job auf und dann können sie zumindest sich die energiepreispauschale für erwerbstätige noch sichern sie müssten dann praktisch diese pauschale im nächsten jahr über die einkommensteuer erklärung geltend machen warum die pflegepersonen aus den gesetzlichen regelungen der paragrafen 112 bis 122 einkommensteuergesetz herausgefallen sind oder gar nicht erst mit aufgenommen worden sind ist unklar und aus meiner sicht auch überhaupt nicht gerechtfertigt ich finde hier sollte der gesetzgeber wirklich dringend und schnellstens nachbessern näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel